Hey! Zusammen! Ja, hey Gott! Also... Eigentlich wollte ich etwas machen. Mega... Positiv! Mit einer Stimmung... Also mit guter Stimmung etwas geben! Wir hatten etwas vorbereitet für heute. Ähm... Also ich bin mal... Tef... Wir hatten etwas vorbereitet... Und seit gestern ist unser ganzes Nummer einfach am Arsch. Voll aus dem Kontext rausgehalten. Ja... Es ist einfach so... Wir jodeln! Ja, nee, sorry! Ich wollte nur sagen... Es ist einfach ein Scheissmann! Ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr! Seit gestern! Entschuldigung! Ich bin fertig! Nein, ist schon gut! Wir haben uns gesagt, wir können einfach nicht unser Programm machen. Also wir müssen... Wir können... Ja, wir können jetzt irgendwie nicht... Es geht mir nicht im Kontext, oder? Wir machen jetzt mal einen Countdown und so. Wir probieren... Ja, klar, oder? Ist cool! Aber... Wie gestern! Sorry! Ich kriege es nicht auf drei! Vielleicht müssen wir sagen, wir wollen es mit den Countdown machen. Ja... Also, wir machen jetzt... Anstatt... Entertainment und so... Alles geht weiter! Mach jetzt einfach... Easy! Wir machen eine Schweigeminute... Anlässlich von den gestrigen Bade-Ergebnissen und den Abstimmungen. Ich stoppe jetzt... Und ich hoffe, wir können jetzt einfach miteinander... Das mache ich! Für euch ist das auch okay! Wenn ihr euch solidarisiert mit uns seid! Das macht! Ist gut, ich fange jetzt einfach an! Ja, ja... Ja... Ja, naja... Ja, ja! Ja, ja... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Was tut mich echt so plage? Ich bin doch völlig gesund. Ich kann es fast nicht mehr tragen. Es wird schlimmer jede Stunde. Ich kann es fast nicht mehr tun. 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 Ich kann es fast nicht mehr tun.